Der Wolf. Er hat wieder getötet. Wir sind alle in Gefahr. Geh mit mir fort. Tagsüber nimmt der Wehrwolf wieder seine menschliche Gestalt an. Der eigentliche Mörder wohnt hier, in diesem Dorf. Er ist hier. Ich habe noch nie eine so mächtige Bestie gesehen. Wenn du sie liebst, lässt du sie gehen. Wir alle haben Geheimnisse. Wo willst du hin? Zur Großmutter. Er ist meinetwegen hier. Komm mir nicht zu nah. Denkst du, ich bin der Wolf? Du solltest nicht hier sein. Hast du Angst? Sag mir, wer es ist. Der Wehrwolf lebt noch! Keiner geht, bevor wir den Wolf tüsten! Der Wolf ist einer in diesem Dorf, der dich will. Gib ihm, was er will. Es dauert nicht mehr lange. Du bekommst, was du verdienst. Was hast du für große Augen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 oder ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020